Aufnahme, oder was? Warte mal, ich sitze reifen und dann mal gebatte und dann hast du... Wo will der hin, der reifen? Wo sind die anderen denn? Nicht, dass der davor und dann auch auf die Straße noch. Das ist das Einzige, was wir jetzt. Ja, fünf Tage. Schwarz, du bist sonst kleiner. Nee, glaub ich auch. Ich bin ja echt krass. Ah ja. Ich will mal schauen, ich lass mich jetzt. Du bist hier gekommen nieder. Oh, 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 oh. Ja, du bist hier unten rein. Es gibt jetzt oben schon. Ja, das meine ich nämlich. Scheiße. Weil, das ist schon heftig. Danke.